Miliz! Halalala! Miliz! Mapp, mapp, mapp! So, Gold! Wie sieht's denn mit Nahrung aus? Verlade mal, du machst vielleicht eher mal Nahrung. An-an-ta-ha-an! Junge! Ups! Namen! Oh, da ist ein Turm! Aber wieder nur verbündet, ne? Ach, das sind die! So, warte mal, ich check nochmal gerade. Akaba und Medina, also hier unten und hier oben wahrscheinlich. Die muss ich beschützen. Was haben wir denn an Parteien? Diplomatie, nein. Das ist falsch, ne? Medina, das sind die Orangenen. Also hier unten und hier oben. Die muss ich mit beschützen. Ey, das wird nicht einfach. Das ist Medina hier unten, ne? Ey, du Schaf, geh nach Hause! Ich guck nochmal gerade. Ich guck nochmal gerade. Ja, okay. Wie kann ich eigentlich Einheiten zu so einem Marktkarren hinzufügen? Ja, das ist zwar dumm da jetzt anzugreifen. Okay. Das war einfach nur richtig dumm. Ich hätte nicht gedacht, dass jetzt Bogenschützen am Start haben. Das war so dumm. Die sind echt gut getan da oben. Die haben's voll gut. So, ab nach Hause hier. Da ist eure, eure Weide. Eure Weide! So, und die, warte mal. Die sind doch direkt hier unten, ne? Schicken wir mal da hin. Hier so ins Schwarze rein. Da, da, da. So, der steht rum da oben. Genau, als einziger. Einmal nur Häuser wieder da reinklatschen. Da wo's geht, hier dazwischen. Ich glaub das ist richtig gut. Richtig, richtig gut. Weil dann auch die Bäume halt. Okay, jetzt glaub ich hat er sich fast eingebaut. Der kommt da nicht mal raus. Ja, dann macht die fertig. Dann musst du eben Holz hacken. Aber das kann er nicht wegbringen dann. Das war dumm. Warte, man kann auch hier. Genau, hier. Da sag ich dem. Du nicht mehr. War jetzt dumm. Verschwendung, aber... Was willst du machen? So, zum Schwertkämpfer. Ein bisschen entwickeln hier, ne? Hä? Achso. Hassan. Der ist zur Imperialzeit vorgedrungen. Wie soll das denn gehen so schnell? Oh Mann, ey. Ja, ja, Mann. Guck mal, wie stark die sind. Namm, 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 nomm, 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 nomm. Nein, das war dumm. Geh weg! Boah, war das knapp. Also Stein wird, Gold sieht gut aus. Aufwendungen des Krieges. Jawoll. Nadine hat... Alles Wege. Ja, ja. Das haben wir gleich, Leute. So, wir haben doch hier noch einen Bauer. Und zwar, wir bauen jetzt hier... An der Route bauen wir jetzt Türme auf. Ja, das ist erstmal... Das ist Plan Nr. 1. Mal sehen, wie viel ich da bauen kann jetzt mit dem Stein, was ich noch hab. Ich glaub, hier wird's kritisch, oder? Oh, der ging noch. Ja, dann bauen wir da unten noch einen hin. Nicht genug Steine jetzt. Dann brauch ich neue Dorfbewohner. Wir brauchen mehr Stein. Stein ist wichtig. Und Nahrung, da müssen wir auch mal langsam... Wer steht rum? Keiner? Sehr gut. Oh, ich dachte, da kommt was. Das ist nur der Schatten gewesen. Oh. Mit welchem Turm fängt er an? Mit dem letzten, den ich angeklickt hab, ne? Wo läuft der? Läuft der doch hier hoch? Hä? Wo ist der hin? Warte, dann schick ich den... Nach oben, der... Also, ich glaube, die nehmen immer den letzten Turm. Oder wurde der schon unterwegs getötet? Kann auch sein. Bestimmt, bestimmt! So, was nehmen wir? Wir nehmen Schwertkämpfer. Sechs Stück. Dödeldön! Warte mal, nimm doch erst mal den. Äh, Stein, ne? Wollte ich mir abbauen. Da sind schon drei. Und Nahrung, hatte ich gesagt. Nomnom, ne? Oh, die müssen hier hin, zum Schutz. Nomnom! So, zwei Holzfäller. Gold haben wir hier noch. Ähm, wo gab's noch Gold? Hier oben war noch Stein. Das muss ich auf jeden Fall auch beiseite gegen das Lager. Und dann hier drüben ist da noch Haufen Zeug bestimmt. Wo? Das ist immer... Bisschen doof zu erkennen. Capron. Ja komm, den einen kannst du dir ruhig holen. Im Nahkampf schaffst du den doch. Oh, jetzt. Genau. Oh, jetzt. Genau. Hassan! Warte mal. Du? Ich weiß nicht, wie ich den schützen kann. Ich kann halt sagen, eskortieren. Ne, wir waren im Vorstoßen. Passiv. Stehenbleiben. Defensiv. Bewach... Ah, bewachen. Jetzt bewacht er den. Okay, jetzt. Er rennt nur ein bisschen hinterher. Ich weiß, was wir hinbeeren können. Jawoll, Akaba hat mir jetzt Geld gegeben. Habe ich das sogar schon geschafft? Ne, ne? Ich weiß nicht, was wir hinbeeren können. Ich weiß nicht, was wir hinbeeren können. Ja, die machen wir schon alle plat. Kollege. So. Ey, du hast doch genug zu tun hier. Und die kriegen jetzt... Bewachen. Ne, halt. Holt mal euch. Er hat nicht mal getroffen vom Turm, Alter. Wie schlecht. Ne, ne, dann lasst das mal. Kriegt der übrigens was ab? Oh nein! Wir nehmen ein paar mit. Ey, da kommen die direkt rausgestürmt hier, ne? Die Wichser. Haha, sorry. Solange der erstmal bauen kann, ist alles cool. Dü, 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 dü. Und... Nein, nein. Ach, der bewacht in echt, aber der kommt nur nicht hinterher. Einfach sinnlos. Na gut, wir wissen, ich baue hier einfach eine Mauer drum rum. Man kommt nicht mehr raus. Das ist eine Idee, oder? Dann habe ich da erstmal ein bisschen sicher. Nein! Jetzt habe ich irgendeinen woanders hingeschickt. Oh mein Gott, geht das schnell? Hol'n dir! Hä? Meine ist... Och, die sind so stark, ne? Ich brauche noch ein... Können wir noch was upgraden hier? Das? Können wir was upgraden im Dorf? Oh, ne. Das ist Handelszentrum. Das mache ich mal. Und hier machen wir nochmal das. Und... Okay, das kann ich nicht. Und... Mh... Er hat die Sicht... Erhöht die Sichtweite. Und... Nahrung fehlt jetzt. Hilfe! Ah, jetzt haben die da unten auch schon ein Tor. Gebäude! Militärgebäude! Ich brauche einen Stall! Ich brauche einen Stall! Jetzt kackend reiß' doch was hinbauen! Oh, hier ist noch Gold, Alter! Wir müssen das dir echt zubauen hier! Also, guck mal, die haben... Hier kann nicht viel drin sein. Ihr seht es hier unten. Das ist dieser Streifen, der irgendwie den gehört. Das gehört sogar schon mir. Ach, da steht noch einer. Von meinen Mannen. Dann können wir ihn noch ein bisschen durch die Gegend schicken. Und zwar... Ich schicke den jetzt mal da hoch. Oh! Ah, die greifen den... Nein, doch, oder? Ey, das ist ein armer Bauarbeiter! Lass den in Ruhe! Ja, guck nur, dass ich ja keinen Mist mache, ne? Haha! Weg ist er! Zuhilfe! Kreuzfahrer bedrohen unsere Handelswege! Kreuzfahrer? Das ist ja eher Kreuzritter. Was ist das denn da für ein Gebäude? So, was kannst du noch bauen? Halt! Äh... Das wollte ich nicht. Du baust jetzt eine Mühle! Ich glaube, das geht einfach besser, Nahrung zu farmen mit einer Mühle. Okay, jetzt haben sie ihn getötet. Och, Mann! Muss das sein? Ne, das ist dann mit dem Pferd gewesen. Also wir müssen definitiv diese Stadt hier angreifen. Wer steht rum? Keiner! Britner Speer. Hä? Da wollte ich drauf. Es fehlt echter Nahrung. Ach, da! Okay, wir haben ja wirklich nicht viel. Weil die so lange hier an diesen... Ausnehmen beschäftigt sind. Ne, warte mal. Gönn dir mal ein Feld, Digga. Und du auch. Und du packst da gleich mal ein bisschen Nachschub rein. So, Holz sollten wir ja... Oh, Holz hab ich gar nicht so drauf geachtet. Da vorne. Weil hier sind ja nur zwei zu Gange. Der Speer hat jetzt halt bloß wenig Kraft, ne. Boah, wenn ich Nahrung hab, kann ich ins nächste... Die Ritterzeit, das wär gut. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal auf Dorfbewohner. Auch wenn ich nicht viel bauen kann. Wichtig ist nur hier, dass der Stein... Vorrat nicht zur Neige geht, dass die da immer dranbleiben. Das graden wir ab. Hier oben muss ich dann hin. Ja. Ein Dorfbewohner. Und zwar Nahrung auch wieder. Benet Adome. Benet Adome. Irgendwie so. Jetzt greifen sie mich an, oder was? Verdammt. Aber einen Reiter hab ich. Uhhhhhh. Nein, Mann! Was kommt ihr jetzt mit solchenatzentruppen da an? Ich hoffe, die reiten echt nur durch. Das sind die Plünderer, und das sind die Piraten. Diese blöden Türme, die wehren sich auch nicht hier Dass das nicht beides in einem ist, ne? Schon komisch Ja, jetzt abhauen, oder was? Lass die Arbeiter in Ruhe Nein, ich hab nix an Nahrung Warte mal, ich muss handeln jetzt, ey Ich muss bauen können Der hat nix zu tun Mach mal hier beim Holz mit Wo, 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 wo? Nein, die gehen hier oben hin Die wollen angreifen Mann, wie soll man das denn machen, ey Von allen Seiten, du bist mitten drin Und du musst es irgendwie schaffen, hier die alle platt zu machen Wie?